Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaut habt bei Kampfkurs Lifestyle und heute wieder ein neues Video mit André am Start und zwar heute wieder ein richtig schönes Selbstverteilungsvideo oder besser gesagt ein, habe ich ja schon letztes Mal angekündigt, Selbstverteilungs-Lifehack, wie man hier mit ganz geilen Mitteln sich auf der Straße schützen kann. Was wir dazu haben oder was wir in diesem Video dazu benutzen, seht ihr natürlich nach dem Intro. Und zwar, was ich hier einmal habe, ist etwas, was man sich überall wirklich auch im Discounter kaufen kann. Es kostet nicht die Welt. Das sind gerade mal vielleicht maximal 10 bis 15 Euro und kann halt die Aufmerksamkeit der Passanten oder aber auch ganz viel Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen, dass die Leute merken, ey, da ist irgendwas. Auch Angreifer fühlen sich schnell abgeschreckt durch großen, lauten Ton. Deswegen gibt es an Autos Alarmanlagen, ja, da, wenn er eingebrochen wird, dass sie denken, oh, das ist aber laut und ich hau hier lieber schnell ab und, und, und. Und das ist hier ein Tool, der uns auch ebenso helfen kann. Natürlich muss man eins von vornherein sagen, es ist alleine nicht jetzt der absolute Grundbaustein für eine Selbstverteilung. Nicht, ich habe es und damit kann mir nie wieder was passieren. Nein, es ist ein Zusatztool, was wir zu unserer Selbstverteilung, unseren Techniken nutzen können. Auch gerade für Frauen sehr wichtig. Es gibt hier mehrere Versionen, die man hier benutzen kann. Ja, also hier wird mitgeliefert, dass man sich so ein, ja, wie nennt man das, ähm, abstellen oder da, da. Hier gibt es so einen speziellen Namen, so einen speziellen Ausdruck, den suche ich jetzt gerade. Ich glaube, das ist so ein Notarmband, ja, oder keine Ahnung, das kann man sich um den Hals machen und dann, wupp, zieht man es ab. Oder man kann es halt als Schlüsselanhänger nutzen, okay. So, wie das Ganze funktioniert, es gibt einen ultra starken und lauten Signalton, der wirklich, wenn ihr das üben wollt, macht euch da irgendwelche Schützer in die Ohren rein, ja, nicht länger als drei Minuten diesen Ton hier ertragen. Und natürlich das Geile ist auch immer, wenn ihr den Ton zieht, ja, das ist jetzt hier ein Schlüsselanhänger, wie gesagt, habt ihr hier so ein Bapp, könnt ihr auch ziehen, ähm, dann schmeißt am besten dieses Ding, den Bolzen, so weit weg, wie ihr könnt, dass der Angreifer quasi den nicht wiederfindet, um ihn schnell reinzustecken, ja. Das ist natürlich eine ganz geile Sache, also, ihr zieht das Ding, Alarm geht los, ich schmeiß es weg. Ja, und dann haben wir hier einen sehr lauten Ton, quasi, jeder kann darauf aufmerksam gemacht werden, dass hier gerade was passiert, was vielleicht nicht rechtens ist, nämlich rechtswidrig. Wir stellen die ganze Szene jetzt auch einmal nach. Ich habe hier das Gerät, ja, habe es schon an meiner Hand. Natürlich könnte man jetzt auch, wie gesagt, schon dieses Notding, hier Reißleine, hätte ich beinahe gesagt, wie beim Vorschusspringen ziehen. Ich habe es jetzt hier am Schlüsselanhänger und nehmt einfach mal an, ich habe schon gemerkt, da ist jemand hinter mir. Ich weiß nicht so ganz genau, was will der von mir, habe es deswegen schon in der Hand und er kommt mir... Jetzt ziehe ich hier den Augenblick, ja. Und schon merkt ihr, es ist verdammt laut. Ich habe den Bolz jetzt natürlich nicht weggeschmissen, würde ich das tun, dann würden wir ja... Man merkt schon, meine Ohren tun auch verdammt weh, kommt über dieses Mikro vielleicht gar nicht so rüber, aber wir haben hier zwei große, laute Lautsprecher. Dazu ist hier noch eine Taschenlampe dran, falls man nachts noch schnell ein Schloss suchen muss oder wie auch immer, also besser gesagt, das Schloss mit dem Schlüssel finden muss. Und dazu ist so ein Gerät richtig geil, zum Abschrecken. Natürlich können wir uns auch vorstellen, er ist hier, zieht, ich mache es jetzt nicht nochmal an, das will ich unseren Ohren nicht antun, okay. So, wir sind hier und ich würde es jetzt ziehen, es ist laut, ja, ich halte es hier noch richtig schön dicht an die Ohren, ja. Hier sind die beiden Lautsprecher, da gehe ich wirklich dicht ran, den Bolzen schmeiße ich weg, halt ran, versuche auf mich aufmerksam zu machen, schreie Hilfe vielleicht. Er wird sich die Ohren zuhalten, weil es auch richtig weh tut, weil die Schallwellen genau auf ihn treffen und während er dabei ist, kann ich auch noch zum Unterleib durchstarten, kann auch mal zum Gesicht und kann auch abhauen. Oder natürlich in der besten Lösung, er haut von selber ab, weil er merkt, oh, nee, so viel Aufmerksamkeit wollte ich gar nicht auf mich ziehen. So, so viel dazu. Wie gesagt, gutes Tool. Könnt ihr, wie gesagt, in jedem Discounter, könnt ihr einfach mal gucken, gibt es überall. Und ich finde auch gerade für Kinder eine sehr geile Sache, gerade so auf dem Schulweg morgens oder auch auf dem Schulweg nach Hause wieder, wenn es schon ein bisschen dunkler wird, gerade jetzt in den kalten Monaten und in den dunklen Monaten, ist es natürlich immer cool, wenn so ein Kind auch irgendwo so ein Alarmsirene dabei hat. Wie gesagt, kann man sich am Schulrand machen, wupp und los geht's. Alles eine sehr schöne Sache. Natürlich auch aufpassen, keinen Missbrauch damit veranstalten, denn wie gesagt, Trommelfell ist einmal kaputt, habt ihr ganz lange Probleme damit und ich glaube, das war hier schon eine Zumutung gerade und ich habe echt schon schnell versucht, wieder reinzudrücken mit eiskalten Flossen hier. Aber haben wir ihn gekriegt. Alles da, ihr Lieben. Ich danke dir erstmal viel, mal gut ertragen mit den Ohren und ich wünsche euch natürlich alles Gute und gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns natürlich wieder, wenn es wieder heißt, Kampfkunst Live Style.